Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu unserem wundervollen Thema, den Firewalls. Heute geht es um den Unterschied zwischen Netzwerk-Firewalls und Personal-Firewalls. Jetzt habe ich eigentlich schon die Frage beantwortet, wo finden wir überhaupt diese Firewalls? Und ja, der Unterschied mag erstmal marginal klingen, ich meine, man hat eine grobe Vorstellung davon. Das Wichtigste ist allerdings, je nachdem, wo die Firewall sitzt und welche Art Firewall wir haben, hat sie unterschiedliche Möglichkeiten. Manche Firewalls sind schon halbe Viren-Scanner und andere Firewalls, die machen halt das, was man so klassischerweise kennt. Deswegen, an der Stelle möchte ich natürlich nochmal sagen, dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf Hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Server-Administratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Okay, lasst uns starten mit der Netzwerk-Firewall. Das ist die Firewall, die die meisten im Kopf haben, wenn ich über Firewalls rede. Aber wenn ich eine konkrete Firewall genannt haben möchte, dann denken die meisten an die Windows-Firewall, die eine Personal-Firewall ist. Also da gibt es ein bisschen Verwirrung dabei. Und ja, lasst uns erstmal kurz über die Netzwerk-Firewall reden, danach über die Personal-Firewall. Denn eine Netzwerk-Firewall ist folgendes. Ihr habt ja grundsätzlich erstmal zwei Netzwerk-Arten. Ein öffentliches Netzwerk und ein privates Netzwerk, mehr oder weniger. Und dem öffentlichen Netzwerk, dem Wide Area Network, dem Ding hier, dem vertrauen wir normalerweise nicht. Ja, das ist das Internet. Da sind Menschen drin, die wir nicht kennen und potenziell könnten die bösartig sein. Sprich, die könnten uns angreifen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Dazu ist ja eine Firewall da. Wir haben ja letztes Video uns angeguckt, was eigentlich eine Firewall tun soll. Und auf der anderen Seite haben wir das Local Area Network, das LAN. Ja, es heißt eigentlich nicht LAN-Netzwerk, weil Local Area Network-Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk, was? Egal, kleiner Fun-Fact an der Rande hier. Dem LAN vertrauen wir eigentlich. Da sind Geräte drin, die uns sicher vorkommen, denen wir eben trusten. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem LAN sind, dann können wir ganz einfach sagen, hey, ich teile diese Dateien mit allen, die in meinem LAN drin sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte von meinem Rechner aus meine Filme, meine Videos, meine Musik, meine was auch immer freigeben, so dass ich die auch auf meinem Fernseher gucken kann. Oder dass ich sie mit meinem Handy angucken kann. Oder dass ich zum Beispiel von meinem Handy auf meinen Fernseher streame. Oder, oder, oder. Ja, da gibt es haufenweise Anwendungsfälle. Das ist aber nur möglich, wenn natürlich ich weiß, dass hier niemand Böses in meinem Netzwerk ist. Und im WAN, also im Wide Area Network, da kann ich nicht sicher sein, dass das nicht ist. Das heißt, ich darf diesen Zugriff nur hier drin erlauben. Und hier draußen muss alles rausgefiltert werden. Also gibt es da eine klare Trennung. Und diese Trennung wird von einem, einer Firewall, einer Netzwerk-Firewall durchgeführt, die häufig eben anders als eine Windows-Firewall nicht auf eurem Rechner läuft, sondern eben auf einem externen Gerät. Das kann zum Beispiel, wie das bei euch ziemlich sicher der Fall ist zu Hause, ein Router sein. Das kann aber auch wirklich eine extra Firewall sein, je nachdem, wie viel Durchsatz man braucht. Denn eine Firewall kann richtig viel zu tun haben, ja, an Arbeit. Und diese, diese Arbeit braucht Rechenleistung. Und diese Rechenleistung, naja, die muss man halt erstmal stemmen können. Dementsprechend, ein Router ist zwar sehr häufig, reicht für private Zwecke eigentlich absolut easy aus, aber es gibt natürlich auch Anwendungsfälle, wo ein Router, ein ganz normaler Router, da nicht mehr ausreicht und halt ein extra Firewall-Gerät nochmal dazwischen geschaltet wird. Okay, jetzt ist das allerdings natürlich nicht alles. Ein Router macht ja sehr, sehr viele Tätigkeiten, unter anderem zum Beispiel Network Address Translation, könnt ihr euch in meiner Netzwerktechnik-Reihe angucken. Das will ich jetzt gar nicht so genau aufdröseln. Aber es gibt hier auch einen großen Unterschied zwischen entweder einer Routing-Firewall oder einer Proxy-Firewall. Und euer Router macht normalerweise eine Routing-Firewall, deswegen heißt das Ding Router, ja. Und, naja, das ist schon ein großer Unterschied, wenn wir uns das Ganze mal angucken. Nehmen wir erstmal den Router, ja. Ihr macht ja normalerweise eine Anfrage von eurem Rechner aus, nehmen wir einfach mal, das ist euer Rechner und ihr wollt ins Internet an Google zum Beispiel. Dann sagt ihr nicht, hey, ähm, sende ein, also ihr sagt nicht ins Internet rein, sende eine Suchanfrage an google.com mit der Suchanfrage Netzwerk-Firewall, ja. Das macht ihr normalerweise nicht. Sondern ihr sagt, sende eine Anfrage an IP-Adresse 1.2.3.4, jetzt eine Beispiel-IP-Adresse genannt. Ähm, und, ähm, was da in dieser Anfrage drin steht, das ist in den allermeisten Fällen verschlüsselt. Ist ja auch wichtig. Ich meine, wenn wir irgendwas ins Internet blasen, wollen wir ja nicht, dass jemand das lesen kann. Das ist genau das, warum es TLS gibt. So, im Payload von dem IP-Paket, das haben wir ja auch schon in der Netzwerktechnik-Reihe uns angeguckt, da steht jetzt eigentlich nur kryptisches Zeug drin, was niemand entschlüsseln kann, außer dem Empfänger, den wir beabsichtigen und, naja, uns, weil wir wissen, was wir geschickt haben. Und in der Antwort ist das genau dasselbe. Das heißt, das Einzige, was diese Routing-Firewall jetzt hier angucken kann, ist natürlich die IP-Adresse. Mehr geht da nicht. Der Rest ist verschlüsselt, auch für unsere Firewall. Die Firewall kann da nicht reingucken. So, und das macht die Netzwerk-Firewall eigentlich zu so einem zweiteiligen Ding, nämlich der Routing-Firewall und der Proxy-Firewall. Ich habe es schon gesagt. Die Routing-Firewall, die sieht nur IP-Adressen. Mehr sieht die nicht, weil der Traffic ist verschlüsselt. Aber was sie durchaus machen kann, ist anhand der IP-Adressen zu filtern. Das heißt, sie kann manche IP-Adressen komplett blockieren aus unserem WAN. Sie kann aber auch zum Beispiel Netze aufteilen. Sie kann zum Beispiel sagen, hey, diese drei Rechner, denen vertraue ich jetzt, die dürfen alle miteinander kommunizieren. Aber für meine Gäste, also falls ich jetzt zum Beispiel Leute hier einlade bei mir zu Hause und ich weiß nicht so sicher, ob die jetzt wirklich aktuelle Handys haben, ob da jetzt wirklich alles in Ordnung ist, oder zum Beispiel eure smarte Glühbirne bekommt einfach keine Updates mehr. Ja, ihr wollt ja nicht, dass die im selben Netzwerk drin hängt, wie die Geräte, denen ihr vertraut. So, dementsprechend teile ich eigentlich ganz gerne auch mal meine Netze auf. Ich baue mir also mehrere LANs, mehrere Local Areas und Local Area Networks. Und ich sage zum Beispiel, diese beiden Geräte, die dürfen miteinander kommunizieren. Das Gerät hingegen hängt in einem separaten Netz, weil das hat keine Updates mehr. So, und das kann ich natürlich so oft machen, wie ich möchte. Das ist auch Aufgabe einer Firewall. Denn die sagt dann einfach, ey, die können miteinander nicht kommunizieren und die da auch nicht, aber die beiden können das. Denn jeder Traffic geht erst zu unserem Router und dann wieder zu uns zurück. Und das funktioniert wunderbar, ist auch eben Aufgabe einer Routing-Firewall. So, die Proxy-Firewall hingegen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Denn ihr sagt da nicht, ich möchte gerne da und da hin kommunizieren, sondern, also mit IP-Adresse, sondern ihr sagt immer der Firewall exakt, was ihr tun wollt. Ihr sagt der Firewall wirklich direkt, ich möchte an google.com eine Anfrage schicken mit Netzwerk-Firewall innen drin. Das sagt ihr der Firewall. Das macht ihr nicht selber für euch aus, sondern ihr gebt das an die Firewall und die Firewall macht in eurem Namen den Aufruf bei Google, bekommt das Paket zurück, entschlüsselt das bei sich, analysiert das ganze Ding bei sich als Firewall und gibt das dann weiter an euch, wenn es ein Paket ist, das in Ordnung ist. So, ihr könnt euch denken, eine Proxy-Firewall ist demnach sehr viel mächtiger, weil sie eben nicht nur Zugriff auf die IP-Adressen hat, sondern auf den echten Traffic. Das heißt, wir können auch Paketinhalte analysieren und da sowas machen wie die Packet-Inspection. Wir können sowas machen wie KI drauflaufen lassen. Wir können alles damit machen, aber wir müssen natürlich hier die Verschlüsselung aufbrechen und zwar an unserer Firewall. Demnach muss ich mit meinem Rechner auch der Firewall richtig blind vertrauen. Okay, was sie natürlich beide können ist, sie können beide die LANs vom WAN trennen beziehungsweise auch mehrere Netze aufteilen, also einzelne Netze aufzuteilen oder IP-Adressen zu blockieren. Das kann natürlich unsere Routing-Firewall wie auch die Proxy-Firewall. Aber die Pakete anzugucken und zu überlegen, okay, ist das jetzt ein gutes Paket, ist das kein gutes Paket, das macht nur die Proxy-Firewall. So, jetzt habt ihr mir natürlich schon in den Kommentaren im ersten Video sehr, sehr viele Infos gegeben und sehr, sehr viele Wünsche auch genannt, ob ich nicht mal was zeigen könnte. Sehr häufig genannt wurde OpenSense, das ist eine Netzwerk-Firewall. Sehr häufig wurde genannt PFSense, auch das ist eine Netzwerk-Firewall. Und zur Vollständigkeit halber dachte ich mir, bringe ich noch ein Bild mit von einem Palo Alto-Gerät, das so ein Monstrum ist, ja, damit ihr euch auch mal vorstellen könnt, wie groß so eine Firewall wirklich irgendwann mal werden kann, wenn man das Ding im Enterprise-Bereich vielleicht braucht. Und ja, natürlich, da läuft Software drauf, da läuft ein Haufen Software drauf. Ich kann für OpenSense und PFSense zumindest sagen, ja, OpenSource, ganz geil. Und da kann man auch schön eigene Sachen schreiben, eigene Regeln definieren, etc., etc. So, wir sind noch nicht fertig, das war jetzt der erste Teil zu Netzwerk-Firewalls. Jetzt wollen wir uns den konkreten Unterschied zu der Personal-Firewall angucken. Und jetzt lasst euch bitte kurz mal nicht von dem Bild verwirren, denn das hier ist tatsächlich nicht gleich gemeint, wie das, was wir davor hatten. Ja, eure Netzwerk-Firewall, die ist natürlich hier, die ist zwischendrin geschaltet im besten Fall noch, ja. Ihr habt eigentlich mit eurem Rechner nicht direkten Zugriff auf das WAN, sondern hier auf diesem Weg liegt noch diese Netzwerk-Firewall zusätzlich, ja. Das ist aber trotzdem ein Rechner in eurem Local Area Network und der ist direkt verbunden jetzt mit den anderen Rechnern. Das kann in manchen Fällen vorkommen, zum Beispiel, wenn ich mein Handy direkt mit meinem Rechner verbinde oder wenn ich einzelne, wenn ich direkt zum Beispiel an einem Switch andere Geräte anschließe, sodass ich direkt auf diese Geräte zugreifen kann und der Traffic eben nicht mehr direkt über den Router läuft, sondern die Geräte zum Beispiel direkt kommunizieren kann. Gibt es häufiger mal, je nachdem, wie euer persönliches Setup aussieht, in jedem Fall ist die Personal Firewall eigentlich eine völlig andere Anwendung als eine Netzwerk-Firewall. Sie tut Ähnliches, aber auf teilweise unterschiedliche Art und Weise. Denn eine Personal Firewall kennt alle Applikationen, die damit kommunizieren. Das heißt, sagen wir mal, wir haben eine Proxy-Firewall. Eine Proxy-Firewall ist ja durchaus mächtiger als eine Routing-Firewall. Die kennt dann zum Beispiel eure Intention. Ihr wollt eine Anfrage an google.com schicken. Jetzt kommt die Personal Firewall und setzt dann noch obendrauf ein. Denn ihr habt nicht nur eine Anfrage an Google soll gesendet werden, sondern es soll eine Anfrage von Google gesendet werden von der Anwendung chrome.exe. Das sieht eine Personal Firewall. Das steht nicht im Netzwerk-Paket drin, sondern das ist eine Information, die nur bei euch auf dem Rechner verfügbar ist. So, und jetzt kann man natürlich sagen, wenn so eine Anfrage gesendet wird von chrome.exe, kein Thema. Wenn so eine Anfrage hingegen gesendet wird von notavirus.exe, dann ist es was anderes. Dann kann man dann vielleicht mal sagen, nee, den Traffic, den blockiere ich jetzt. Und das kann ich natürlich mit allen Anwendungen machen. Eine weitere tolle Sache, und hier kommen wir in den Bereich Next-Generation-Firewalls, dazu kommt im nächsten Video noch ein bisschen mehr. Aber wir haben nicht nur die Möglichkeit, Pakete uns genauer anzugucken, nicht nur natürlich, sondern auch, sondern wir können auch noch Intrusion Detection und Intrusion Prevention machen. Das heißt, wir können direkt auch sehen, ist vielleicht eine Anwendung auf unserem System bösartig? Ist diese Anwendung vielleicht gerade, versucht die gerade eine Verbindung aufzubauen? Versucht die gerade auf irgendwas drauf zu gucken, irgendwelche Pakete zu setzen, Pakete zu craften, die bösartig sind, nehme ich vielleicht selbst mit meinem Gerät an einem Denial-of-Service-Angriff teil. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gehackt wurde und Teil eines Botnetzes bin mit meinem PC oder mit irgendeinem System und ich sehe das mit meiner Firewall, dann kann ich natürlich sagen, okay, du bist gehackt worden, mach mal was dagegen und diese Anwendung wird jetzt hier direkt blockiert. Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr große Sache und hier, wie gesagt, verschwimmen die Grenzen so ein kleines bisschen zum Virenschutz, aber eine Personal Firewall hat tatsächlich diese Idee, sie möchte auch Intrusion Detection machen und Intrusion Prevention. Sie soll euch also von innen und von außen schützen. Das heißt, Traffic, der reinkommt, soll gefiltert werden, weil könnte ja bösartig sein, aber Traffic, der von innen rausgeht, der soll bitte auch gefiltert werden. Und das macht das Ganze so ein kleines bisschen kompliziert, denn wir wollen ja nicht nur, dass der Traffic hier von außen gefiltert wird, sondern auch von innen. Sprich, ein Virus darf nicht die Möglichkeit haben, meine Personal Firewall anzugreifen, ansonsten bringt die mir ja nichts. Das heißt, so eine Personal Firewall muss wie ein Virenschutz auch mit erhöhten Rechten laufen. Das heißt, der hat normalerweise einen Bereich im Kernel, so ist das zumindest bei NF-Tables zum Beispiel, bei Linux kommen wir gleich dazu, und dementsprechend braucht das natürlich mehr Rechte. Und wenn dann eine Lücke in NF-Tables existiert, wie wir wissen, gerade in den letzten IT-Trends, ist genau das gewesen, dann hat ein Angreifer potenziell über meine Firewall die Möglichkeit, seine Rechte zu erhöhen und dadurch erst recht die Firewall natürlich auszutricksen, aber auch alle anderen Sicherheitskomponenten auf meinem Rechner. Also eine Personal Firewall hat gewisse Sicherheitsrisiken, bietet aber natürlich nochmal zusätzlichen Schutz und ist eigentlich ziemlich angenehm zu haben, aber natürlich nicht ausreichend für ein Sicherheitskonzept. Es ist eine Möglichkeit von vielen. So, wir kennen zum Beispiel eben IP-Tables und NF-Tables. NF-Tables ist die Weiterentwicklung von IP-Tables, das sollte mal dazu gesagt werden, und IP-Tables ist immer noch wahnsinnig weit verbreitet. Mit UFW ist quasi nur eine Vereinfachung von IP-Tables und ja, also die hängen alle irgendwie miteinander zusammen, so diese Linux-Firewalls, die kennen sich alle. Dann haben wir IPFW oder auch IP-Firewall, das ist im Endeffekt die Mac- bzw. FreeBSD-Variante und wir haben SE-Linux, selbstverständlich, und natürlich die Windows-Firewall, die gehört da auch mit rein. Wie schon gesagt, SE-Linux hingegen ist eine Möglichkeit für euch, quasi wirklich eine Kernel-Komponente zu schreiben, die Security macht. Und ich habe das schon mal gemacht, das ist absoluter Krampf, aber es ist sehr, sehr mächtig, denn daran kommt man nicht so leicht vorbei. Und da kann man eben auch sowas machen wie Access Control, da kann man machen, welche Rechte soll denn mein User eigentlich haben und kann er auf das wirklich zugreifen. Das ist schon eine sehr, sehr mächtige Variante und ihr seht, das Ganze nimmt Ausmaße an, das ist schon enorm. Und ja, wir können natürlich hier nicht alles behandeln, aber ich versuche zumindest euch mal so einen Überblick zu geben, dass ihr dann sehr, sehr tief rein könnt und vielleicht können wir ja tatsächlich irgendwann mal alles behandeln. Das wird sich zeigen. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.